Episode 28, Code Talker. Den gehört es sich jetzt rauszuholen und mal schauen, ob wir das ohne weiteres hinbekommen. Okay, also Code Talker ist letztendlich der Mann der Stunde, den wir benötigen und ich hoffe, ich meine, wenn der diese Infos hat, wird Zeifer ihn nicht einfach gehen lassen. Das ist halt der Punkt, ne? Und deswegen müssen wir vorsichtig sein. Ähm, kann ich sie laufen lassen? Ja. Dann deck das schon mal auf und ich renne die hinterher. Was ich mache, ist das allererste, das NBG. NBG? NBG, ja. Um zu sehen, ob hier jemand im Wald ist. Wenn wir jemanden sehen, dann wissen wir ja direkt, was wir machen müssen. Mhm, 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 mhm. Mhm, mhm, mhm. Was ist jemand? Das ist genau der Punkt, das hätte ich nämlich auch erwartet. Ah, siehst du mal was Neues gelernt. Wir laufen schön hier oben entlang. High Ground ist am besten. Oh nein. Oh nein. Stopp. Also. Ich gehe mal von den Skals aus. Wie, 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 wie war denn das nochmal? Nachschubabwurf. Man kann doch. Ausrüstung, genau. Ich überlege, was wir nehmen. Nehmen wir die hier? Oder nehmen wir die hier? Weil die ist natürlich super heftig. Ich würde dich ja nehmen. Please have supplies requested. Sorry, ich... Wenn ich schon sehe, dass Skals kommen, brauche ich diese Ausrüstung. Supply drop complete. Kann ich meine Kleidung auch verändern? Ne, ne. Please select a drop point. Was für Gegenstände? Ah doch, man kann. Ich würde es mal nicht machen. Vielleicht brauchen wir noch unseren Stealth Skill. Wobei wir den sehr schnell verlieren werden. Wir werden sehen. Sprachen die Blinden. Okay. Dann die dicke Bertha. Dann wir haben die Zorn. Und wir haben die hier. Ich habe Angst. Ich kann euch gar nicht vorstellen, wie viel Angst ich vor den Skals habe. Oh oh. Was sind das denn für Skals? Das wird ja immer härter. Weibliche Skals. Oh krass. Oh nein, die sehen aus alle wie Quiet. War Quiet ein Experiment? Alter, ist nicht dein Ernst. Schadenschützen. Pass wieder zu Quiet. Ich muss die alle scannen. Ich kann die so nicht scannen. Shit. Da vorne. Ich brauche eigentlich erst mal alle. Wir sehen auf jeden Fall die Dinger hier rumfliegen. Das Problem ist halt nur, egal was ich mache, kommt das daher? Also die erste hier kann ich wahrscheinlich gut treffen. Oh fuck. Tschau. You see that? The sniper banished in the thin air. Just like Quiet. Wenn du siehst. Wenn du sie nicht marken kannst, gibt es keinen Weg zu sagen, was unsere Strecke kommt. Wow. Alle verpisst euch. Was ist los mit euch? Alter, auf einmal ziehen die alle auf mich. Da hinten rennt eine. Man kann sie sehen. Oh, das ist voll die Quiet ist alles. Da vorne rennt sie. Litt dich hin. Oh fuck. Die sehen natürlich einen. Ich leg mich hin. Und die treffen niemanden. Das kannst du mir nicht erzählen. Da hinten rennt eine. Okay, das ist fies. Okay, ich weiß gar nicht, wie ich die erledigen soll. Also mit den Dingern weiß ich echt nicht, ob ich die kriege. Oh ja. Come on. Nimm das. Das hat die Nett gebockt. Ich hab die Nett mal getroffen. Das ist halt das Schlimmste. Oh Gott. Jetzt zieh dich. Da oben ist Quiet. Quiet? Nee. Da oben. Das hat die Nett gebrockt. Da oben ist Quiet, oder? Ja. Die kann doch schießen. Stand down. Sie ist Feuer. Feuer. Jetzt ist sie zu treffen. Quietino. Aha. Da hinten. Man kann sie halt kaum scannen. Ich versuche mich mal ein bisschen in der Bewegung. Dann haben sie das Ding vercoilt. Die zielen auf irgendetwas, was ich nicht sehe. Das sind alle auf eine Sache. Da hinten. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht draufballern. Jo. Hat alles nichts gebracht. Oh fuck. Runter. Ah. Bleib hier unten. Da hinten. Oh, die hat es aber auch getroffen. Die steht hier. Oh ja. Die steht hier. Alter, ist sie... Okay, das ist nicht einfach. Das Problem ist, wie kämpfst du gegen Scharfschützen? Oh, da hinten. Hi. Schau. Ah, die können es treffen. Oh ja. Da sind zwei. Da hinten ist noch einer. Nein! Gerade als ich schießen wollte. Ich habe halt nur noch einen Schuss, ne? Das Allerschlimmste daran. Ah, das war nichts. Das war ein Schuss in den Ofen. Ich glaube, wir müssen... Oh ja. Also, ich würde folgendes machen. In aller Liebe... Ich kann... Äh, sorry. Ich kann doch... Ausrüstungen abwerfen hier. Ich würde die hier nehmen. Und währenddessen... Würde ich einfach mal... Den ganzen... Wald da hinten einfach mal beschießen. Bis das Zeug da ist. Oh ja. Aua. Alter! Ja, 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 ja. Anders geht's nicht. Schon wieder. Die sind gut. Ich habe die, glaube ich, getroffen. Je weniger als wenn, desto besser würdest. Okay. Da haben sie Angst. Sehr gut. Ich brauche dringend... Das macht viel mehr Sinn. Weil ich nämlich... Gut, okay. Es wäre schöner, wenn ich noch was Besseres hätte. Aber... Okay. Jetzt gucken wir doch mal. Wo seid ihr, Schätzchen? Wo seid ihr? Das ist eine gute Position erstmal. Ist das eine Schrotflinte? Das ist der Schrotflinten-Light, würde ich sagen. Okay, hat ein paar Schüsse abbekommen. Ist schon mal nicht schlecht. Das steht irgendwo da. Boah! Okay. Danke. Die wollen natürlich einen rauslocken. Okay. Wo sind sie? Da hinten und da vorne. Okay. Die zwei kriege ich wahrscheinlich so nicht. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Da hinten ist auch noch einer. Also, ich muss mir den Schuss auch lang. Und da hinten. Okay. Boah. Ein Sniper würde jetzt gut tun. Ähm. Lade mal noch, Digi. Danke. Ich habe halt nichts auf Entfernung. Aber da oben... Ich meine, die macht jetzt nicht viel Schaden. Ja, vielleicht kommt sie ja rüber. Die wird sterben wahrscheinlich jetzt gleich. Ich habe genug Munition. Das ist das Wichtigste. Die rennt weg. Okay. Die ist jetzt schon mal weg. Kurz das Ding aufladen lassen. Da oben. Okay. Wollte schießen. Hat nicht getroffen. Schießt nochmal. Habe ich vielleicht getroffen. Vielleicht. Oh ja. Die Sonne geht bald unter. Ganz tolle... Ganz toller Käse. Mhm. Da bewegt sich jemand. Hopp runter. Okay. Irgendwie treffe ich mit dem Nix. Mit dem habe ich besser getroffen. Okay. Nachlagen kurz. Da schießt jemand. Gleich ist sie weg. Der erste Skull. Oh doch. Da ist jemand. Okay. Eine weg. Okay. Also wenn. Kopfschuss. Damit. Habe ich es einfacher. Beschwindet. Ich brauche halt diese Coolen immer wieder. Okay. Kopf runter. Eine ist ausgeschaltet. Was ist das? Haben wir noch genügend zu gehen? Da hinten scheint eine zu sein. Oh ja. Ohne mit dem Kopf. Okay. Die ist schwer zu treffen. Habe ich eine Sch... Sorry. Ich brauche eine... Sch... 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 Schnieper. Ähm. Moment. Ich brauche... Eine Schnieper. Eine die ordentlich Schaden macht. Die macht nicht... Na alle nicht so viel. Die macht glaube ich am meisten. Jo. Hätte ich mir denken können, dass ich so eine mal brauchen werde. Ich weiß nicht was. Ich glaube die wird weggelegt. Ich noch die beiden. Aber das ist mir auf jeden Fall lieber. Habe ich wenigstens eine Chance irgendwas zu treffen. Ich meine ich könnte es auch mit der normalen Sniper probieren, die wir sonst noch mal haben. Einmal wieder rein. Danke. Aber jetzt wären wir getroffen. Doch nicht. Tosti. Das war mein Treffer. Ich sehe jetzt keine mehr. Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe halt noch die hier. Die... Oh ja. Korb runter. Schuss doch. Kopfschuss. Dann haben wir noch jemanden. Kopfschuss. Bin ich so gut? Es wird nur noch eine. Die zwei sind erledigt. Okay. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich ein Sniper Battle draus machen? Da habe ich keine Decke. Eine fehlt noch. Was ist hier dahin? Die... Das ist eine Pflanze. Wo mag die letzte denn sein? Ich meine, Quietz kennt den Bereich. Ich sehe halt echt niemanden. Niemand zielt auch auf mich. Irgendwie trist. Ich muss sagen, ich stehe die genau vor mir und ich sehe sie halt nicht. Weil Baum. Da. Guter Schuss. Ziemlich viel abgezogen sogar. Muss halt nur ein bisschen vorsichtig sein. Weil ich nicht weiß, woher sie schießen wird. Da oben war sie. Da hinten. Zieht natürlich genau meine Richtung. Okay. Alter, die... Warum nicht gleich? Warum habe ich mir so ne... So ein Abfuck gegeben, alter? Was meint's? Don't tell me you took them all out. That's incredible, Boss. Our men can rest in peace now. Jetzt siehst du mal, wie das hier so läuft. Und sie hauen natürlich alle ab. So wie's immer ist. Horn ist noch. Die kann ich nicht mitnehmen. Die kann ich nicht mitnehmen. Aber sie gibt es. Sie kann ich auch nicht mitnehmen, ne? Ich brauche nochmal zu sowas. Ne. Gut. Dann, wenn wir sie nicht mitnehmen können, können wir sie nicht mitnehmen. Äh. Ich wünsche mir jetzt auch so rum. Was ich brauche, ist aber was ganz anderes. Und das ist meine Ausrüstung Nummer 1. So schnell wie möglich eigentlich. Ja, also ich glaube, wir hätten die auch super mit meiner... Mit der anderen... ...Sniperblatt machen können. Das ging ja super schnell. Das waren ja jeweils drei Schüsse. Also es ist echt... ...umsonst die Mühe gegeben, anscheinend. Was heißt drin? Ah, mein Nacken, Alter. Na, landen. Okay. Passt. Und danke für die bequeme Ausrüstung jetzt. Die sind jetzt alle abgehauen. Ja, damit kann... ...na, quiet sich wieder irgendwo hierhin hocken. Ich würde mal sagen, der Nebu löst sich auf, ha? Aber... ...ich glaube so... Nein! Ich wollte das hier machen. Macht gleich mehr Sinn. Oh, da vorne gibt es Muni und sowas. Gut, das brauche ich jetzt nicht so dringend. Aber wir sind jetzt in hinterfeindlichen Linien, würde ich sagen. Und somit sind wir ganz nah bei unserem Freund. Oh ja. Die sind dazu. Ah, guck mal. Wir müssen uns einen von den Kralen, würde ich sagen. Er ist natürlich sehr undankbar, dass wir hier mitten drüber gehen müssen. Aber... Wir übereilen uns. Okay. Wir werden niemanden versuchen zu töten. Aha. Okay, wir versuchen über links reinzugehen, würde ich sagen. Also, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Da oben ist das Ding. Das würde ich gerne nochmal markiert haben. Da oben sind zwei. Da hinten sind zwei. Zum Glück sieht man die so gut. Hm. Quiet könnte uns Deckung geben. Was ich jetzt natürlich nicht herausfordern will. Den könnte sie aber ausschalten. Das wäre nicht schlecht. Danke. Das wäre mir am liebsten. Wenn die Gegner schlafen. Hm. Und dann kann ich schön drumherum schnicki-picki. Schnirker-birker. Da kommt es aus. Das können wir dann auch nochmal mitnehmen. Okay. Nein. Danke. 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 Nein. Schieß. Du kriegst ihn eher als ich. Danke. Das ist ein bisschen angenehmer. Da vorne ist noch einer. Danke für deine Info. Ja. Wir kommen gut rein, würde ich sagen. Weißt du was? Weißt du was? Krieg ihn. Oh fuck. Das mach ich. Sicher ist sicher. Ich will den mal haben. Ich will den mal haben. Ich will den mal kurz befragen. Ey komm. Hör mal zu. Ich hab gehört, es gibt hier jemanden. sehr gut. Sehr gut. Am besten durch den Vordereingang. Weil dort erwartet mich keiner. Ich würde sagen, wir ziehen die hoch, oder? Ich mach's mal. Am Ende werde ich's wahrscheinlich überräumen. Es bekommen wenig. Gerade die beiden. Das wäre... Weil die könnten Alarm schlagen. Und ich würde sie vergessen. Das ist halt so das Schlimmste. Wenn du die Gegner vergisst. Da vorne sind zwei mit Schutzschilden. Das mag ich ja gar nicht. Ey Kumpel. Ich brauch mal deine Hilfe. Sehr gut. Machen wir. Also es wird immer leichter. Je mehr wir wissen. Können wir dich hochziehen? Oh ja. Wir nehmen halt alles mit. Die merken das halt voll. Ja die da hinten. Das sind meine... Der hat erstmal einen in Popo gekommen. Oh nein. Okay. Das hat einen da hinbekommen wo es soll. Okay. Uh. Das schwierigste wird tatsächlich sein... Hier vorne. Wer ist hier vorne? Wie immer. Und da vorne kommen sie schon. Die gehen durchs... Durchs Kellerloch. Sie gehen links rum. Das ist gar nicht mal schlecht. Kann ich sogar beide mitnehmen. Das sollten die jetzt nicht mitbekommen. Damit sind wir halt auch wieder ein paar Gegner los. Ich würde gerne langsam... Ah Moment. Da sind zwei anscheinend. Da sind noch zwei. Okay. Ähm. Haupteingang. Haupteingang. Komm. Wir gönnen uns ja sonst nichts. Schusss. Okay. Ich esse niemand. Einfach nur pssst. Die zwei Typen. Ich weiss nicht wo die sind. Und über uns glaube ich irgendwo. Oh die Musik. Ich weiß was wir machen. Es gibt da unten schon Leute zu sein. Ich würde gerne die CD nehmen. Okay es gibt halt keine. Lalalalalala. So. Es gibt hier einen Gang runter. Shit. Wir müssen das überprüfen gehen wir. Verstanden. Okay da hat jemand wohl was mitbekommen. Okay hinlegen. Es sind zwei Typen da. Gute Nacht. Hä? Das können sie doch gar nicht wissen. Wir waren so fucking leise. Das können die nicht wissen. Das hätten sie nicht hören können. Ich war leise. Okay. Hier könnte es aber sein. Hier geht es runter. Okay. Schlimmstenfalls Reflex geht immer. Also sie können, sie können sich gegenseitig aussuchen. Okay. Ich glaube. Da sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Now. Yeah. Now. Now. Vielen Dank.